Können wir uns irgendwas spezielles hier noch kaufen? Außer ganz viele Blöcke? Nein, selbst das nicht. Entankern, wo fahren wir hin? Zerstöre den Angriffstrupp. Achja, da war ja was. Au. Hasta la vista. Au. Kaputt gemacht. Und mein Energie ist beinahe leer, schon wieder. Einfach nur vom Piles. Unterstützung ist unterwegs. D, 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 D. D, D, D. D, D D. D. An useless Block, den kein Mensch braucht. Oder irgendwas gegen dir. was ist mit deiner energie ich sehe die kaum also von daher wird noch voll sein komm her to me er wehrt sich besiege den verteidiger da hinten kommt die rote nein jetzt ist sie anders herrs sind immer unterschiedlich wo die sich gespawen ganz interessant drei gegner da ist ein gegner töte ihn war das die schutzblase shop was hast du zu bieten die batterie nämlich ich wollte nicht hinsetzen aber gut warten bis die batterien geladen sind ja ich warte gerne auf batterieladung hier und okay nein du kannst dich aber festsetzen bist du zerstörer das war ich nicht mir ist warm wie gar nicht mir schon zerstörer auch das ein gegner kill geschohlen ich weiß nicht wie kommen und was hier jetzt ist verdammt Hilfe ich werde erschlagen von Gegenständen oh wir haben ganz große Reifen bekommen große nicht ganz große sondern groß vergessen nein ich sehe dich von der ferne aus du kannst schon mal vorfahren ich muss warten weil die rote border mich halt aufhält jetzt nicht mehr oder jetzt nicht mehr nein ich gehe genau oh da geht's fahrern und fahrern das geht gegner Gegner! 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 Schild! 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 Mach ich nicht kaputt?! Boom! Goddem! Hallo! Nice! Schild! Ähm... Ich hab keine Ahnung gegen mehr, seit man das so... Der-der-der-der-der? So... Oh lol, die Sachen spawnen richtig schnell! Ach... Ei... Klatsch! Gut, dein Fahrzeug sieht sehr interessant aus! Klatsch! 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 Weißt du, was ich verloren hab? Und was? Mein Radar! Oh wow! Mein armes Radar! Ich hab einfach nur rangepackt, was nötig ist! Aber hey, mein... Meiner ist sehr kompakt! Naja, deiner ist eher... Chaotisch! Ich hab einfach nur rangepackt, was nötig ist! Das sagen Sie einmal! Ja, ist doch so! Raus! Und... Die Nacht bricht herein! Nacht! Die Nacht! Die Nacht! Die Nacht! Die Nacht! Die Nacht! Die Nacht! Ich mach grad ein bisschen Geld! Ich merk schon, haben wir den Müll verkauft? Nein! Ach, nein! Wir stehen zu nah dran! Wer? Hättest du gedacht! Die Nacht bricht! Das ist schon ein ganz schönes Geklicke, muss ich schon sagen! ja das kann man erstmal hoffen dass uns hier nichts alles nicht alles in die luft fliegt wird schon passen alles schön auf dem haufen denn passt so kann ich noch mehr ein bisschen annehmen kann man mehr als vier missionen annehmen ist eine runtergekullert was wo ich hab ihn schon also alle fliegen in die luft runter ich kann da nichts also geld haben wir auf jeden fall nicht sonderlich viel sondern bis das war nicht geplant aber ja